Oh ja, danke! Nein, ich will... Coole Animation! Ich habe vergessen, die Gehörter zu tauschen. Nein! Ne, doch, hab ich doch gemacht. Ja. Ähm... Ich mach nur gerne eine Zähne. Alles klar, hab ich aufgemacht, guck ich mir noch immer an. Danke dir. Ich immer auf den Chat gucke, er anschaut eine Kamera. Danke dir. Ja, Schneecki? Ich hab jetzt einen neuen Job. Als Vierempfänger oder was? Als Sklave der Hexe... Nein, als Hexenritte. Das war schon immer getroffen. Nicht jetzt? Komm nur, Lüberdi. Fickolaus vor, noch ein Tor. Ja komm her. Ja komm, schlag zu. Schlag zu, du Muschka. Rindervan. Rindervan. Die Hexe ist mega Zeichen unterwegs. Rindervan. Hey, das ist ja nicht die Hexe ist mega Zeichen. Naja, krieg so ne Karte der Hexenritte. Ja, ja, geht weg. der feuerhänge nachkommen egal auch mal gedacht wohl ich wäre tot ich habe gehofft über das tod weil das ich habe auch eingestellt ist glaube ich kreis nicht mehr zurück geht sondern drei gesto also ich glaube noch mal angegriffen nicht kommen ich soll der blitz beim scheißen treffen und ja ich habe keine magie ich habe mich nicht mehr heilen ich mache ich alles auf ihn rauf ich werde diesen kampf nicht verlieren sagte er und weiß dass es so sein wird ich habe abgelostet du bist schwach geworden hast du voll abgelostet hat er kein bieter bei drohe drin ja ich habe zaubern genau du bist entzielt sammeln gesät auf faulen grund da 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 mit dir kann ich kämpfen ich kämpfe mit ich muss das gut machen da oh 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 so selten gesehen ob es hier das ist das könnte vielleicht ist ich bin wie und zwar mit zaubern und zwar das war glaube ich ganz gut das ich das gemacht habe so wie du mir so ich dir und bitteschön babe dein Name am Nachbarn ja ich ja du musst mal leben wie ich Rock in League spiele das ist einmal der ich habe so rum gebrüllt da muss ich was heißt musste da habe ich gegen Abend noch so ein Paket abgehrt hin gebracht was ich halt über den Tag geholt habe spielen sie so eine nette ältere Dame sie ist halt ein bisschen kompulente darum mache ich darüber auch mal also ne und dann kam halt spielen sie dieses Videospiele oder wie die so heißen und ich so ja vielleicht warum also ja das hört man aber auch als würden sie jemanden da unten umbringen ich denk so scheiße ganz ehrlich lass den scheiß also sich selber gut so wieder wieder also das ist es ist noch gar nichts also sag ich mal so die nachbarn hier haben sogar noch recht glück damals habe ich immer bei meiner alten wohnung da war ich vielleicht vielleicht und da kam meine Nachbarn meine Unternehmerin fast jeden Tag hoch auch zu Silvester das ganze Jahr über kam sie jeden Tag hoch weil ich zu laut bin und legt zu Silvester ein kleines Kind ein ich meine ich hätte auch wie sie sich einfach in der luft nur dreht ja ich hab's kapiert du kannst zaubern junge der also ich hab's noch einfach es ist noch kein tief in den Ausstieg zu gucken. Dazu brauchen wir eine Artimation, glaube ich. So, was haben wir noch? Kursensohn! Verordnet geht alles. Stierbjungen. Aber ich finde, die ist immer noch nicht so schlimm, wie die Fickoläuse, wo er sich jedes Mal aufgeladen hat. Da kann ich wenigstens sehen. Oh, Boote des Schattens. Da kann ich wenigstens immer noch sehen. Okay, ich komme voran. Ich besiege den irgendwann. Aber beim anderen war ja so, ich ziehe 300 ab und erlässe ich um 52 wieder auf. Ja. Los geht's. Spüre die Macht der Finsternis. Angriff! Jetzt habe ich hier den Ausschnitt platt gedrückt. Mach so'n Wirbel um nichts. Mach so'n Wirbel um nichts. Mach einfach so'n Wirbel um nichts. Mach einfach so'n Wirbel um nichts. Hallo, lass'n Scheiß. Los, Bigfoot! Ich würde dich hassen, wenn du mein Nachbar wärst. Ich kann auch ein Letzt sein. Glaube ich. Naja, also, wenn ich rumbrunnen würde, würdest du bestimmt safe. Safe. Es war wahrscheinlich so, Alter. Zockst du schon wieder? So, ja. Was halt, Alter. Ich hatte gerade auf jeden Fall die Achtung. Da habe ich was cooles. Geiliges. Da wirst du mit drunter kommen und würden wir zusammen zocken. Typische Story. Das erlebe ich hier öfter. Wurde zermatisch. Kann sein müssen. Ja, ich weiß doch auch nicht. Eiskalt. 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 Da wir auf der Twitter, ab dem schon auch gesehen. Auf der Twitter habe ich ja mit Stephka schon abgequatscht, dass sie bald im Steam dabei ist. Ähm, geplant ist doch am 12. Dezember jetzt direkt. Und wir wollen uns wahrscheinlich und beziehungsweise sie will, ob... Ich denke mal, wir beide werden uns verkleiden oder schminken oder irgendwas zu dem Spiel, was wir gerade spielen. Aber wir haben noch kein Spiel, wenn wir hier spielen wollen. Wir kommen wenigstens die Nachbarn in Kontakt miteinander. Ja, durch Final Fantasy 8. genau jeden fall als nachbarschaftsschreit gibt später noch mario kart wer kennt es nicht und ausschlag als ich auch mindestens schon 5000 abgezogen so als wäre das nichts ich könnte auch nicht ganz zaubert wohnen ich mache mal analyse es ist auch immer verliert ist mir ein rätsel so wie hast du denn auch schnell gehen diese animation ist gedacht um die tiefe in den ausschluss zu gucken in ja eine hexe mit einer mensch macht sie herrscht über galaga niemand besitzt stärkere magie sie werden extrem extrem zaubern er bezahle ich habe wieder drin ok ich habe hier noch keine 5.000 abgezogen und ja noch ein bisschen die husküche hallo das ist sehr wichtig dann machen sie auch nicht zu hause ja 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 so fühle ich mich aber manchmal auch je nachdem wie du willst wissen was du genau spielst wenn ich so ein bruder kommt auf jeden fall so schon wieder von fantasy habe ich doch letztens im stream gesehen also mit angriffen komme ich hier schon mal nicht weiter verschwinde also mit angriffen so das können wir du nein ich habe schon das genommen ich schwöre du musst schießen ach nie ich lasse habe ich fünf nicht komplett mal im hauptmenü was b5 ist oder 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 weg er ist ihr doch in wo ihr kein wo Oh Gott! Schau mal an den Kontrolle-Einstellungen, welches die Taste gewesen ist. Normal ist die R1-Taste. Ich guck mal. Das war alles. Boah, Elia, Engel, Zauber, Irwin. Das war alles? Das ist mit meiner Angst. Und, Engel. Ja, ich bin dankbar. Ich bin echt. Wow, ich... Nicht schon wieder auf ihn. Nicht schon wieder auf ihn. Nicht schon wieder auf ihn. Das ist auch nicht besser. Am besten gar keinen. Frozen? Ähm... Vitratzaubern auf mich selbst. Vitratzaubern auf mich selbst. Ja, gut. Dann sind wir erstmal ein bisschen voll. Angriff! Diamantenstab! Du könntest deine Cam etwas klein und am besten oben rechts ins Eck schmeißen. Da sieht man, der mit der ganzen Gegner und den linken. Charm. Und am besten oben rechts ins Eck. Um rechts ins Eck. Ja, das sehe ich jetzt auch. Ja, das mache ich nach dem Kampf. Was ist denn? Denn, wo stehe ich dann ein bisschen rum? Äh... 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 Panik! So heilen! Äh... 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 habt ihr gerade gesehen dass selbst unter den felsen der gerne rausgerissen wurde textur war und so weiter alter es dauert noch ewigkeiten hier die teuer feuer Oh, das ist jetzt genau die Neue. Bäm, 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 bäm. Zack! Verfluchte Sids! Gewonnen! stirbt du Echse AFK GG! Danke! Hast du noch einen Ticken dramatischer? Ich will Rache. Rache! Rache! Speicheln? Rache! Onkel Laguna! Besuch für dich! Der Besuch? Wer denn? Einmal einem komischen Anzug. Er spricht gerade mit Rayling. Er ist im Laden? Ja, ich wollte dir Bescheid sagen. Bin ich gut? Nicht gut! Du darfst nicht alleine raus. Was ist denn der Monster kommt? Warum ist er gestorben? Der Rest im Pulling. Ich komme noch von nebenan. Trotzdem! Die Monster mögen kleine hübsche Mädchen wie dich. Ach, das ist ein Mädchen! Ja, klein und hübsch. Sie werden dir dann ganz, ganz doll wehtun. Wenn was passiert wird, Onkel Laguna weinen. Das wird nicht passieren. Ich werde Onkel Laguna rufen. Du wirst mich doch retten. Ey, warte! Was war Baby ist da? Jetzt sind wir also wieder hier. Ich... Frau Punkternet? Wikra! Alter, was? Für mich. Ich kann direkt nicht... Ich kann nicht zurück. Das sah aus, als wäre es Schulter gewesen. Ja, ja. Das hat mich auch gewundert. Die meisten Bösewichte, die ziehen ja immer direkt so genau hier hin. Schulter. Wohnt man weg, so. Was soll da passieren? Hab auf dich gewartet. Toll, oder? Jetzt sehe ich auch, dass die Mädchen ist. Als Papa und Mama, sie war heute brav. Okay. Okay. Wieso kommt in der Stadt Monster? Wieso kommt... Ein Hinterhalt. Von der fetten Raub, Alter. Na klar. Kann ich nicht anders gemacht. Stirb Robi! Ist nicht wahr. Dauer tschüss. Das ist ihm ein Hinterhalt. Ja, trotzdem. Und tschüss. Langsam wie in die Musik, das schwere. es mag ich nicht das mag ich nicht von allein an ich kann Menü ist das. Menü ist B4. B4. Sprechen ist B1. Menü ist B4. Laufen, Abbrechen ist B2. Sprechen besteht in die Warte. Okay, jetzt kann ich mal testen. L1 ist ein. B5 ist L1. Da kommt er 10 Stunden Level. Was? Nein. Kampfmodus. Flüchten. B8 plus B7. Das sind die hintere Beine. B5 ist auch ab. Warte, da war was. Kampfmodus. Abzug. Waffen. B6. Das heißt R1. Tag der Wechsel kann man auch um Kampf? Start zum Schalten. Ja. Ein Ausscheiden. Rückgangsvorwärtsmenü. Was ist denn B10? B7 und B8 ist Start und Select. Sprechen besteht? Ja. Sprechen? B12 ist das? B12 ist das? ich weiß nicht was begegnet 10 und 9 ist aber das können die falltaste sein auch nicht bei ja egal so glaubst du dass die erste soldaten bis hierher kommen das war doch vor zwei jahren sie werden bestimmt schon nächstes hier oder ich bin mir nicht sicher man weiß nie was die hexenarmee fort plötzlich passiert zusammen scheint es wieder geht zu sein ist nicht zurück zum militär ich habe das ich verstehe diese referenz nicht von den beiden hallo unterstand ich habe erst schlag wir hätten ich gar nicht erkennen dürfen ich habe schon diesen safe platz sind safe platz verstehe ich nicht verstehe ich mich erst mal eine erklärt mir noch ein reiner so weiter geht's direkt du und nämlich und tschüss ich weiß ich habe es irgendwie total verdient gehabt dass sie nicht also existiert auch nur dahin der macht doch nicht mal was und so stetze ich mir den weg so erfolgen ist folgendes die mücke kann pflegen und fällt deswegen nicht auf den boden durch ihre größe wird nicht von den trümmern getroffen gleich misst glaubst du es echt also ich weiß ja nicht warte mal warte mal ich jetzt erstmal was was ich ja gesagt habe ein bisschen kleiner und anschließen könnte der 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 text muss auch noch der da der da der da alle mal nach das hier oben also das hier oben reichen so